sag mal wo bleibt sie dann? wir haben doch gesagt dass wir jetzt zum online festival uns auf den weg machen wollen. ja wir müssen ein bisschen was einpacken. ein paar bedürfnisse fehlen noch die wollen noch gefüllt werden. aber sie hat doch jetzt gesagt wir wollten doch jetzt losfahren. jetzt sitze ich hier. was hat sie gesagt? sie muss noch meine kaffeetasse weg. wieso? lass sie doch stehen. die kann man doch morgen machen. mein gott ist doch nicht so schlimm. dann will sie doch noch dass ihr zuhört. ich habe ihr doch zugehört. ich habe doch gesagt was sie tun soll. man irgendwas läuft hier schief.